Amokraff hat sich in verschiedene Teile gesplittet, die unabhängig von unserer Arbeit sind. Aber wir kommen gleich wieder zusammen und dann schauen wir uns mal, was passiert. Der Friedrich ist anwichtig, das mit einem Schlag. hier war und die Welt ist nicht gesund, doch es gebe, es gebe guten Grund, dass es besser wird, als es vorher war und vielleicht, vielleicht machen wir das wahr. Lass uns wieder auf der berühmten Stelle machen, die berühmte, die berühmte, die berühmte. Ja jetzt, wir warten oft auf Godot, das ist angesagt, bis sie alle wiederkommen und alle weg, aber wir haben alle Spaß, oder? Doch wird man sie hinbringen und dann können unsere Kinder Lieder drüber singen, Lieder drüber singen. Es wird schön, wenn ihr richtig wird, dass wir vor uns gewachsen, denn ansonsten gäbe es keinen Grund. Ja, 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 und vielleicht machen wir das wahr. Es wird uns sehr schwer fallen, gut mir weniger, aber dem Rest wird es wohl sehr, sehr schwer fallen, so einen Pick zu machen, weil man hat wohl anfangs gedacht, ja, der sieht mir eigentlich ähnlich, macht Sachen wie ich, den pick ich mal. Man hat dann später festgestellt, dass es hier dann bei den Proben dann doch nicht so war und dass dann der anfänglich Schwächere gepunktet hat und dann, ich glaube, das ist für jeden von meinen Kollegen schwer, also von den Söhnen, den real Söhnen schwer, sich den richtigen auszupücken. Das wurde eine harte Nose, aber wir schaffen es, Jungs. Jetzt nimmt das alles vor mir an, jetzt kann ich was erkennen. Vielleicht werden unsere Kinder Lieder drüber singen. Wir fangen nochmal von vorne an und diesmal wird's gelingen. Dann werden unsere Kinder Lieder drüber singen. 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 Unsere Kinder, Lieder drüber sehen. Freunde, das war schon nicht so schlecht. Lass uns gleich nochmal. Wir haben jetzt bestimmt alle schon mal in den letzten Jahren mal so die ein oder andere Castingshow gesehen. Wer hätte von einem halben Jahr gedacht, dass wir selbst mal mitten drin sind in einer. Also schön, dass es euch hoffentlich Spaß gemacht hat. Wir haben uns jetzt echt viel Spaß gemacht. Wir kommen nun zum wirklich doch ein bisschen erschütternden Teil. Und des Tages zu entscheiden.